Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Zensiert. Wir haben letzte Woche ein neues Set bekommen und da wollen wir natürlich jetzt mal reinschauen in dieses Genesis Impact Booster hier. Denn wir kriegen drei neue Themen und vielleicht gibt es ja da einiges zu zensieren, wer weiß. Wir kriegen jedenfalls einige coole Sachen, beispielsweise diese Twins, wir kriegen die Drytrons und auch diese Magistus-Monster, die allesamt ziemlich cool sind. Ziemlich cooles Pack und ja, wir schauen doch mal kurz rein, was es da auf der Artwork-Seite so zu entdecken gibt. Für die, die Zensiert vielleicht nicht kennen, wir schauen uns hier Kartenbilder an aus dem OCG, vergleichen sie mit denen, die wir hier im TCG bekommen. Denn die sind teilweise sehr, sehr unterschiedlich und werden aus diversen Gründen zensiert. Die Zensuren fallen alle in diese sieben Kategorien hier rein und wir versuchen dann, diese Zensuren zu finden, sie zu kategorisieren und zu diskutieren, wie sinnvoll sie sind. Spoiler, sie sind meistens ziemlich dämlich. Kommen wir zu Genesis Impact. Wir haben drei Zensuren, ein bisschen weniger also als die, ja, 20 plus Zensuren, die wir in den letzten paar Folgen hatten. Auch mal ganz schön, muss ich sagen, ganz angenehm mal ein bisschen ein kürzeres Video vor uns zu haben. Ähm, auch wenn ich die Reihe hier absolut liebe, ist eines meiner Lieblingsformate hier auf dem Kanal. Aber, es müssen nicht immer 20 plus Karten pro Set sein, ist nicht notwendig, Konami. Also, dankeschön hierfür. Kommen wir zur ersten Karte. Hier haben wir Evil Zwilling Lil Lam. Ja, ja, wie soll ich sagen, Konami hat so ein bisschen ein Faible in diesen Special Sets. Immer wieder mal so einen, äh, ich nenne es jetzt mal Waifu Arc-Type reinzubringen ins Spiel. Den mögen sie sehr gerne, ähm, Sky Striker beispielsweise so, der zieht mir hier diese Evil Twins. Ja, warum nicht, kann man machen. Was ist hier wohl das Problem? Hm, gute Frage. Was könnte hier stören? Naja, also, obendurch ziemlich viel Stoff, sogar mit langen Ärmeln. Eigentlich alles okay, wir haben keinen Ausschnitt. Äh, sie hat bis ganz oben, äh, Strumpfhosen, Leggings, sowas auch immer an, so wie es ausschaut. Äh, aber was ist das? Hm, der Rock ist ein bisschen kurz, ne? Man sieht ihren Hintern. Hm, ja, das wird es wahrscheinlich sein. Ist es auch. Und, ähm, da hat man den Rock ein bisschen, ja, verlängert. Ein bisschen mehr Rüschen reingemacht und es ein bisschen, äh, aufgeplustert. Jetzt kann man die, ähm, hinteren Teile da nicht mehr so gut sehen. Und das reicht dann auch. Damit darf sich hier ins TCG. Ja, manchmal sind es Kleinigkeiten. Wobei, ich muss dazu sagen, jetzt wo ich mir das Kartenartwork nochmal anschaue, sehe ich da bei den, ich nehme jetzt einfach mal an, dass es die Strumpfhosen sind, ähm, so einen kleinen, äh, Strich, der da vom Rock bis zum unteren Ende ihres Oberschenkels geht. Also es sieht fast so ein bisschen so aus, als würden die Strümpfe da aufhören und hätten oben drüber dann doch keinen Stoff mehr. Hm. Okay. Speziell, bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt richtig sehe. Schreiben wir mal in die Kommentare, wie ihr das seht, ob das da wirklich einfach vom Stoff her aufhört, weil es sieht wirklich aus wie ein, wie ein Saum, als würde da die, die Strumpfhose aufhören. Das wäre da die, die Naht. Aber das oben sieht eben nicht aus wie, wie Haut. Und sie hat scheinbar ganz normale Haut. Also, hm, irgendwie scheint sie da doch noch irgendwas drüber zu haben. Aber, ja, komisch. Äh, egal. Jedenfalls kommen wir zur nächsten Karte, denn auch hier haben wir das gleiche Problem. Evil Zwillinge Ki, Sikil und Lil La. Aber gleiches Monster, gleiches Problem. Hier sehen wir uns diese Strumpfhosen auch mal ganz schön mit diesem schönen, äh, karierten Muster hier. Äh, ja, eben gleiches, gleiches Thema. Man sieht hier den Hinterten, äh, und das kann man nicht haben, einen Hinterteil von dem weiblichen Monster auf einem Kartenbild. Das geht doch nicht, äh, für den Konami. Und deshalb haben wir jetzt hier eben diesen verlängerten Rock, genau wie vorhin auch auf ihrem eigenen Kartenbild. Auch hier bin ich der Meinung, da wo die Hand ist von, ähm, Kisikil, Da hört diese karierte Strumpfhose auf und darüber ist irgendwas anderes. Es scheint keine Haut zu sein, aber es ist auch nicht diese Strumpfhose-Leggings. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber, hm. Hm, eigenartig, aber schreibt mir das mal in die Kommentare, wie ihr das interpretiert da mit den Stoffpunkten und, äh, ja, würde mich freuen, von euch zu hören. Ähm, ist übrigens nicht so, dass das Kartenbild jetzt extrem reingezoomt wurde im TCG. Es ist einfach nur, es ist unglaublich schwierig, gute Kartenbilder zu finden, muss ich sagen, die eine saubere Auflösung haben, die ich benutzen kann für das hier. Okay, und im OCG ist das meistens super simpel, weil die schmeißen mit Vorschaubildern nur so um sich. Wenn bei uns mal ein Bild vorgestellt wird, dann ist, äh, übers ganze Bild dieses dämliche Sample, äh, Stempelchen drüber. Ähm, ja, im OCG ist das alles ein bisschen einfacher. Aber wir brauchen hier natürlich beide Bilder, denn sonst sehen wir den Unterschied ja nicht. Macht irgendwie Sinn, nicht? Nächste Karte und letzte Karte für heute. Ich, äh, glaube, die hatten wir jetzt das dritte oder vierte Mal in den letzten paar Folgen. Cyber Angel Benton. Ja, was ist mit Benton das Problem? Ja, wie immer. Benton hat ein bisschen zu viel Oberweite und die muss man ein bisschen kaschieren, denn, äh, dass die Brüste da sich wirklich komplett teilen, das, äh, scheint Konami nicht zu gefallen. Von daher haben wir da einen, äh, zusätzlichen schwarzen Stoff drüber gespannt. Äh, das hat ein bisschen neu eingefärbt, die Brust auch ein kleines bisschen verkleinert und die ganze Sache passt dann auch fürs TCG. Ja, so schnell kann's gehen, nicht wahr? Ja, das waren's eigentlich auch schon die drei Zensoren, die wir in diesem Set hatten. Wie gesagt, das waren dieses Mal nicht wahnsinnig viele, aber die Twins, die waren doch ganz, äh, ganz nett. Coole Karten und cooles Thema. Wir werden das Set mal noch ein bisschen genauer anschauen, by the way. Wir werden da mal noch ein bisschen, äh, rein stöbern, was man da an Karten alles brauchen kann, welche Karten das besser sind, welche nicht so gut sind, das kommt alles noch. Äh, jetzt haben wir schon mal die Kartenbälle gesehen. Das ist doch schon mal ein super Anfang. Wir müssen noch etwas tun, nämlich diese Karten ihren Kategorien zuordnen. Und das ist dieses Mal auch sehr, sehr schnell gemacht, denn, äh, ja, es sind alles Erotik-Zensuren. Wer hätt's gedacht? Wir haben weibliche Monster und Erotik-Zensuren. Das ist ja mal was ganz Neues. Ja, das war's von mir für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst doch einen Daumen da, lasst ein Abo da, das würde mich sehr, sehr freuen. Und, äh, schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu den Sensoren, äh, denkt. Vor allem auch die Geschichte mit den, äh, Strumpfhosen da, würde mich interessieren. Ähm, wie ihr das interpretiert, wie das bei euch rüberkommt. Äh, freue mich auf eure Kommentare. An der Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Patreon-Supporter, deren Namen ihr gerade über euren Bildschirm flimmern seht. Vielen, vielen Dank für euren großartigen Support. Wenn ihr Lust habt, Patreon-Supporter zu werden und ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und habt einen schönen Tag. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.